Der Genesungsprozess nach dem Tragen einer Zahnspange ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die ZA-Nähe richtig ausgerichtet und gesund bleiben. In diesem Video werden wir uns eingehend damit beschereftigen, wie der Genesungsprozess nach dem Entfernen der Zahnspange abläuft und welche Schritte sie unternehmen kann ihn, um sicherzustellen, dass ihr Latschellen nachhaltig scharren und gesund bleibt. Der erste Schritt nach dem Entfernen der Zahnspange ist die Anpassung an das neue Mundgefahr-Einviertel-Heil. Es kann einige Zeit dauern, bis sich ihre ZA-Nähe wieder normal anfah-Einviertel nennen und sie sich an das Fehlen der Zahnspange gewahrnehnen. Es ist wichtig, geduldig zu sein und ihrem K-A-Pär Zeit zu geben, sich an die Währendierungen anzupassen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Genesungsprozesses ist die regelmaillige Reinigung und Pflege ihrer ZA-Nähe. Wachrend sie eine Zahnspange tragen, kann es schwierig sein, bestimmte Stellen GAA-Einviertel endlich zu reinigen. Nach dem Entfernen der Zahnspange ist es wichtig, dass sie ihre ZA-Nähe-Sorgfalt-Hg-Putzen und regelmaillig Zahnseide verwenden, um sicherzustellen, dass keine Essensreste oder Plaktsura-Einviertel-C kleiben. Es kann auch sein, dass ihre ZA-Nähe nach dem Entfernen der Zahnspange empfindlich sind. Dies ist normal und kann einige Tage oder Wochen dauern, bis sich ihre ZA-Nähe wieder normal anfahren-einvierteln. In der Zwischenzeit kann sie spezielle Zahnpasta-FA-einviertel eher empfindliche ZA-Nähe verwenden, um Beschwerden zu lindern. Ein weiterer wichtiger Schritt im Genesungsprozess ist die Nachsorge bei ihrem Kieferorthopadien. Nachdem die Zahnspange entfernt wurde, wird ihr Kieferorthopadien maglicherweise eine Retina empfehlen, um sicherzustellen, dass ihre ZA-Nähe in der richtigen Position bleiben. Es ist wichtig, die Anweisungen ihres Kieferorthopadien genau zu befolgen und regelmaheige Kontrolltermine zu vereinbaren, um sicherzustellen, dass ihre ZA-Nähe korrekt ausgerichtet bleiben. Es ist auch wichtig, auf ihre Ernährung zu achten, um sicherzustellen, dass ihre ZA-Nähe gesund bleiben. Nach dem Entfernen der Zahnspange kann ihnen sie wieder alle Lebensmittel essen, die sie matchten, sollten jedoch auf zu harte oder klebrige Lebensmittel verzichten, die ihre ZA-Nähe beschadigen kann einten. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, GEMA 1 Viertel SE und Milchprodukten kann dazu beitragen, dass ihre ZA-Nähe gesund bleiben. Es ist auch ratsam, ein professionelles Breaching in Betracht zu ziehen, um sicherzustellen, dass ihr Latschellen strahlend und weihal bleibt. Nach dem Entfernen der Zahnspange kann ihnen ihre ZA-Nähe Werfer-RBT sein, da einige Bereiche maglicherweise durch die Zahnspange geschehe ein Viertel TZT waren. Ein professionelles Breaching kann helfen, Werferbungen zu entfernen und ihr Latschellen aufzuhellen. Zusammenfassend la SST sich sagen, dass der Genesungsprozess nach dem Tragen einer Zahnspange einige Zeit dauern kann, aber mit der richtigen Pflege, Nachsorge und Ernährung kann ihnen sie sicherstellen, dass ihr Latschellen gesund und scharend bleibt. Es ist wichtig, geduldig zu sein, auf ihre ZA-Nähe zu achten und regelmaheige Kontrollen bei ihrem Kieferorthopadin wahrzunehmen, um sicherzustellen, dass ihre ZA-Nähe richtig ausgerichtet bleiben. Ich hoffe, dass ihnen dieser Video dabei geholfen hat, mehr A1 Viertel BER den Genesungsprozess nach dem Tragen einer Zahnspange zu erfahren und wie sie sicherstellen kann ihn, dass ihr Latschellen dauerhaft scharend und gesund bleibt. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Informationen benetigen, sagern Sie nicht, Ihren Kieferorthopadin zu konsultieren.